Heute sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in der HafenCity unterwegs und wir wollen uns mal so ein bisschen umschauen und gucken, welche Besonderheiten dieser Weihnachtsmarkt zu bieten hat. Der Weihnachtsmarkt in der HafenCity bietet eine 240 Quadratmeter große Eislaufbahn mit einem Schlittschuhverlein. Neben Glühwein und Bratwurst gibt es ja auch Speisen wie Ente und Rotkohl. Doch was halten die Besucher von diesem Weihnachtsmarkt? Mein Arbeitgeber ist direkt vor der Tür und es ist einfach so schön überschaubar, klein, gemütlich und einfach eine tolle Atmosphäre. Ich bin jeden Tag hier tatsächlich den ganzen Dezember über, weil vom Weihnachtsmarkt hier in der HafenCity gibt es einen Adventskalender. Jeden Tag gibt es ganz tolle Geschenke zu gewinnen und ich bin sozusagen für die Verlosung zuständig. Also ich moderiere die Verlosung und singe jeden Tag ein Weihnachtslied um 18 Uhr. Und man hat ja noch eine Eisfläche, das heißt man kann die auch noch nutzen oder einen Glühwein trinken oder eine Currywurst essen. Das ist alles hier gegeben. Ja, macht Spaß. Die Eisbahn kann von Kindern und Jugendlichen bis 18 Uhr frei genutzt werden. Damit ist der Weihnachtsmarkt in der HafenCity besonders familienfreundlich, auch weil er nicht so überlaufen ist wie die großen Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. Das war's mit unseren Eindrücken vom Weihnachtsmarkt in der HafenCity. Und als nächstes wollen wir uns den Weihnachtsmarkt an der Hauptkirche St. Petri anschauen. Das war's mit unseren Geigiçãoern. Und alle gettingoren. Vielen Dank.